Die Supernoobs BAM Oh war das ein Fail Alter, Alter Nein Das ist der Ding, ich musste aber trotzdem Das wusste ich nicht, mei, der Ding wär so geil gewesen Ja Aber Junge bist du da gestürzt, ja Junge, 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 Junge Ja, du kannst, du kannst dich ja kaum bewegen Ja, aber da wird tief fallen Hauptsache, der hat sich nachher schon so richtig platt in der Luft gelegt, hast du das gesehen? Einer auseinander, haben auseinander Erhebt euch, Freunde, lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs War das ein Fail, Alter Das war ein Fail, aber hallo Lückse Turm mit der Augen, wo kommt er und uns Ab wie fällt er direkt mal ELEGANT runter Ab wie fällt er ELEGANT Aber ELEGANT Verhältniss ist das vielleicht auch Heimann sind immer so viele schlechte Typen Er hat nur einer Ich glaub, du sollst es jetzt immer ausschalten Oho, jetzt da, Oho 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 Ich glaube, du sollst ein bisschen warten. Geh mal auf Seite da, wenn der Synchro wieder aufhört. Kannst du schon mal wieder zu den Farben zurückgehen? Aufsache, wenn der Synchro... Aber er brachte nur den Tod. Wir sind zu wahnherzig mit unseren Feigen. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, wenn unser König nicht weiß, was er will? Aber Wilhelm weiß es. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet... Wer hat das getan? Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Worten. Blühende Landschaften... Haltet ihr einen Mörder in der Nähe? Aber er brachte nur den Tod. Und was bleibt uns? Gräber und Witwen und verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Worten. Blühende Landschaften und einen neuen Anfang. Aber er brachte nur den Tod. Da wird mal locker vorbei. Wilhelm von Montferrat hat eine Vision. Er sah einen Weg, uns allein zu beenden. Ihm sollten wir folgen. Ja, du bist wieder voll mit Hohen. Wir sind zu barmherzig mit unseren Feinden. Mit einem Arm bekämpfen wir sie, aber der andere versucht sie zu umarmen. Was kann Gutes dabei herauskommen, und wenn unser König nicht weiß, was er will. Aber probieren wir es gleich nochmal. Eine coole Befragung. Wenn ihr ihm nur zuhören würdet. Und dann kriegst du es so dermaßen. Erhebt euch, Freunde. Lasst euch nicht abschlachten, nur auf der Launen und Anwandlung in eines wankelmütigen Königs. Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eiser ist. Auf Männer, wir werden nur zuhören. Und die murmeln sowas von weich. Halte, 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 halte. Nach einer Lieder zusammen, und jetzt bist du dran. Hei Tai, Hei Tai! Behexe Exy, du's heiii! Ja Salabata, nach weiter auf Neibat. Jetzt muss er doch ganz brav an der vorbei latschen bis der... wahr...das ist ein böses Omen. BAM BAM. BAM. BAM und BAM. Sie sich versch供iert. Nehmt es. Nehmt es und verschwindet. Ich bin nicht auf Gold aus. Nur auf eine Auskunft. Ich weiß nichts. Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute. Aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Ja, das... Dann machen wir doch mal jetzt hier die Bürgerrettung. Bürgerrettung. Hier könnte auch mal jemanden wegschaffen da, oder? Ich bin doof in der Gegend. Oh. Ah, wer die denn? Könntet ihr ein paar Münzen entbehren? Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, kranz und hollig. Bitte, Herr. Habt ihr ein wenig Geld? Schaut her, ihr werdet nicht enttäuscht sein. Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Da ist er doch, die Bürgerrettung. Oh. Was? Das wird dich lehren zu stehlen. Bewegung. Ich brauche Geld. Oh. 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 Ich bin das. Ich bin das. Ich bin das. Ja, das geht doch. Das geht doch. Es war ohne Grundwecke, aber nix. Dann haben wir hier noch eine Bürgerrettung, die nehmen wir doch auch gleich in Angriff. Für die Partisanen. Brrrr. Brrrr. Partisanen. Für Schokokeks. Wer versucht, dich zu töten? Spinnst du? Ach, die haben alle einen am Rappeln hier. Ich will das nicht. Ich bin arm, Herr. Ich brauch das Geld. Komm Glockenleuten doch bei denen. Ach, ich muss einreden. Ich bin falsch abgebogen. Falsch abgebogen. Oh, passiert schon mal. Gar nicht weitertragen. Aber da vorne ist schon wieder so ne Tante, die... Schau, dass ich euch anher... Ich bin euch doch nur mein Fahrt, deine Münze. Oh, ist jemand etwas? Bitte hältst mir... Ahí so, Schmilli? Beratung... Was hab ich euch getan? Ob das andere steht? Oh, total ruhig anheben! Oh Gott! Ich hab nichts gesehen! Ich hab nichts gesehen! Rauch! Heute ist Fortuna auf meiner Seite. Nur Gott allein weiß, was diese Männer mich mir anstellen wollte. Ein Clip, das ihr rechtzeitig einschreiten konntet, Fremder. Mein Gatte wird von eurem Mut erfahren. Acht von neun. Eine Bürgerrettung wird noch zwei Türme fehlen. Wie konnte das geschehen? War sogar nicht so weit weg, der Turm, ne? Da oben ist er. Oh, so. Oh. Oh, schön. Direkt nach zwei umgekebelt hier. Und voll freien Blick auf den Schlüpper. Warum würde jemand so etwas tun? Ich kann ja sagen, warum das so jemand eine macht. Auf in die Höhe. Auf zum Form. Der eine. Der eine. Der eine Turm wär so geil geworden. Beim Runterspringen. Aber der ist auch gut. Hat auch gut funktioniert. Also runtergekommen bist du. Zwar nicht lebend, aber irgendwas runtergekommen. Der eine. Der Sprung wäre ziemlich übel gewesen. Verdammt hoch. Oh, jetzt hast noch ein paar Sachen freigeschaltet hier. Die Gremien stelle ich in die Höhe. Die Teile eine Notenbank zurückgegeben möchte. Schande über sein ganzes Volk! Wir kamen in Frieden in das heilige Land! Friede sei mit euch, Brüder, obwohl mir selbst kein Frieden vergönnt ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Willem hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Vielleicht sieht er noch ein paar aus, kann er sein? Das wird ein Nagel. Einer von drei. So, wo sind die anderen beiden? Ah, da unten. Der Kuppel da, glaube ich, war einer. Kann das sein? Da ist der Kuppel. Da. Da ist Reno. Nein, der Kuppel. Nochmal neu. Geh mal New, bitte. Naja, das ging ja. Von der Entfernung war es jetzt noch nicht so weit. War? Hm. Hau ab, gib mal. Ich schmeiß dich gleich da runter. Voll stark. Hau ab, bitte. Hände tausend heidnischer Krieger, um sich vor unseren Toren zu sammeln. Doch, sonst ist auch gnädig. Und mag uns unsere vergangenen Wittetagen vergeben. Ich bin euch, Herr, ich bitte euch doch nur mein Fassleiderum quitten. Und so sagen wir mal, dass wir den ersten, den hast du ja relativ schön kommen. Er wird euch vergeben, denn er ist ein gnädiger Deutsch. Um Vergebung wicken wir uns. Das, das, ja, ja, jetzt gewinnen. So, der zweite ist ja wieder in der Kuppel. Der dritte ist da oben. Der dritte ist da oben. Der dritte muss irgendwo da. Da links ist er. Ah, da ist er. So, da guckt er jetzt schon mal. Ja, da ist schon mal gekommen, ohne gesehen zu werden. Da guckt er. Da guckt er. Mhm. Ohhhh! Nein! Oh mein! Ahhhh! Schau! Ups! Da ist ganz so wichtig! Ich kann wieder zurückjumpen ganz schnell! Nein! Ahhhh! Ups! Ich muss beim nächsten Mal warten bis er wieder auf dich zukommt und wieder geht vielleicht am besten. Ja denn? Ja? Ja, deine Familie ist sterbenskrank. Könntest du eine Familie ernähren? Ich zeig dir gleich mal was eine Familie sterbenskrank ist. Gib mir doch ein bisschen Geld, Alter München! Hallo? Ich brauche Essen! Ich habe Hunger! Nur ein paar Münzen! Ich frehe euch aus! Was? Du hast auch keinen Hunger! Du hast keinen Hunger! Du hast keinen Hunger! Was ist denn dauernd? Was ist denn dauernd? Was ist denn dauernd? Geht uns frisch! Bitte Gott um seine Führung! Wenn eure Herzen rein sind.... pueblo von euch erhöhen! Und jetzt wieder von vorne... Uiuiui... Da war's knapp. Komm, Dreh dich zurück, zu mir! Dann muss uns unsere Vergangenheit envelopieren!